Also viel Spaß in den nächsten Minuten hier bei N13 im Livestream, im goldenen statt braunen Livestream. Ich fange mal an mit dem ersten Song und der heißt We Don't Know When We Die und der geht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Am I really a clone? 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 Am I really спорт répt Psalms? Am I really? Am Iishops? Am Icktons? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sei es nun im Internet, klar, da passiert es ganz schön oft, wenn ihr an euren Timelines mal schaut. Es kommen manchmal so dumme Kommentare von irgendwelchen Leuten, aber es macht glaube ich Sinn, bei vielen Leuten zumindest etwas entgegenzusetzen und mit den Leuten darüber zu reden. Das ist auch in der Umkleidekabine vom Fußballverein, kann es auch passieren, oder bei der Feuerwehr oder in der Straßenbahn, egal wo. Die Nazis gibt es überall, in jeder Stadt und in jedem Dorf und das ist natürlich einfach jetzt hier irgendwie ein Zeichen zu setzen, aber wenn man dann rausgeht und mit der Bimme fährt, mit seinem Mundschutz, kann man das ja auch tun. Wenn irgendwelche Dumpfbacken Leute angreifen oder das Dritte Reich wiederhaben wollen, aber das ist ja besiegt worden, verdammte Scheiße, vor 75 Jahren und das gilt es doch zu feiern. Deswegen ist hier alles so schön goldgeschmückt. Ich kann auch mal meinen coolen Gold-Effekt machen, wenn ihr wollt, mit meiner Pneumoshow. Das haben Wumme früher immer so gemacht. Schön, gefällt mir. Wenn ich jetzt einen Mundschutz auf hätte, habe ich heute gelernt, hätte das jetzt nicht geklappt mit dem Pusten, aber ich bin ja zu Hause, bin ja alleine, brauche ja keinen Mundschutz. Es geht um den nächsten Song und der heißt Planet B. Und wie ihr vielleicht wüsst, die das hier schaut, es gibt keinen Planet B. Ist auch gut so irgendwie, ansonsten würden die Leute das gar nicht so ernst nehmen und weiterhin Müll überall hinpusten. Das ist, glaube ich, was Schönes, was bei der Corona-Krise gut ist, dass die Leute weniger machen und ein bisschen weniger Auto fahren und weniger in die Luft pusten. Aber trotzdem gibt es noch viel zu tun. Es gibt keinen Planeten B, Corona hin oder her. Wir haben große Verantwortung und fängt beim Mülltrennen an und bei Pfandflaschen kaufen, ihr wisst das. Deswegen, der nächste Song heißt Planet B. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hören und sehen uns und fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao. des ZDF, 2020 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 des ZDF, 2020